Hallo ihr Lieben und Willkommen zurück. So, weiter geht's. Kino wird sich ja bald aufwachen. Äh, ja, allein schon den Junior jetzt macht. Als ich gesagt habe, bald aufwachen, hat ich nicht damit gerechnet, dass er es gleich im selben Augenblick tut. Äh, Flasche geben? Oh, Papa ist auch aufgerückt. Papa ist aber noch nicht nach oben. Aber was bleibticher? Boden wird dann doch nicht nach oben. variables nicht nach obenure. Was ist darinund ? Besuch kann die Seite von Seele, Oder. Kleiner stove, oder? Oh, ganz gut. Wasp, wasp? Kebab! Kebab! Kebab, Потому, dass ihr da seid. Noi. What, noit? Boge je bois? Boge moi? Oh, nouveau, zambande! Oh! Koui da vem! Hier nochmal 2 ist auch wach. Ich habe auch Hunger. So, jetzt kann sie dann schnell lernen. Bis sie damit fertig ist, wird er sicher wieder fertig sein. Dann können sie gleich nochmal beibringen, um aufs Töpfchen zu gehen. Hm? Hat sie jemanden gesehen? Was hat sie jetzt? Ich will den nix. Können wir ihn rauslassen? Oh Moment, hat er sich jetzt schon eingenessen? Schade. Nabi, du bleibst gerne, Nabi. So, wenn du gerade auf dem Arm hast, kannst du ihn noch kurz küsse. Bolli boodi. Ich muss, äh, ne, die Cabin hier absetzen und dann erstmal was essen. Morgen will er morgen. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hey, huh, hm. Taipu, tu, papa. Hi, ta, pa, ta, papa. Hihihi. Tiri, tai, bai. Hihihi. Gha, ba, ti, bufaa. Sie wusste das schon, bevor sie den ersten bissen genommen hat. Heheheheh. Ok, ne? Bist du fertig? Dann soll man nochmal ein bisschen das Sprechenball... Dafür räume ich dir auch den Teller weg. Wie sieht sein Arbeitsplan eigentlich aus? Hm, hier steht eigentlich jeder Tag als Arbeitstag oben. Und das hatten wir ja gerade gestern im Stil. Dass er gerade als er zur Arbeit musste, äh... Ja, stand dann da, dass er heute nicht arbeitet. Randeva Zirkala... Da sowie... Neb-Neb... Chovi... Arrg... Bonsa... 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 Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Was mit der Hoffnung? Dass Papa nicht stehen kann. Oh, sie hat schon fast geschafft. Ich habe es geschafft. Ich würde sagen, sie hat jetzt noch gar keine Gelegenheit gehabt, das Haus mal für eine Weile zu verlassen. Wenn es noch so früh ist, dann würde ich sagen, kann sie jetzt mal ein bisschen rausgehen und in die Buchhandlung. Und Bücher kaufen. Sie wollte ja eh noch ein Geschenk für ihren Mann kaufen. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. So. Kinderbücher. Malen. Kochen. Und nochmal malen. Und für Papa gibt's, machen wir sehen, was machen wir für Papa? Fähigkeiten. Charisma. Das aber auch. Und Geschenk, das leicht missverstanden werden kann. So, wenn wir jetzt nicht hingeguckt haben, ist nichts Schlimmes passiert. Aber eigentlich mag ich sie noch nicht heimschicken. Wie gesagt, sie hat etwas wenig Gelegenheit gehabt, mal rauszukommen. Ah ja, genau. Ich muss nicht Bräunung aufspülen lassen. Das passt zu ihr. Ja. Papa ist noch fleißig. Junior hat langsam keine Lust mehr. Ich bin gespannt, wie sie aussieht, wenn sie rauskommt. So, ist Papa fertig? Papa ist fertig. Gar nicht so extrem. So, dann macht Junior mal Schluss. Ein kleiner Augenblick, dass er es noch begreift. Oh. Und jetzt kann Papa... ...den... 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 ...beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Naja... Ich glaub nicht, dass sich das gelohnt hat. Und nehm die Aldi-Mack-Niles. Oh, Zuna! Oh, Zuna! Oh, Marv! Wibner Neve! Sehr schön, die sind ein bisschen beschäftigt, sie lutscht. Das ist noch mal ein schönes Bild. Machen wir davon mal ein Bild hier. Für unser Vorschaubild. So, nachdem jetzt alle glücklich und zufrieden sind, würde ich sagen, mache ich für heute jetzt erstmal Schluss und sehe euch morgen. Bis bald! Auf- cannon, rendez professions. für eure Ver plaintlichen Be комнаer auf dem Computer nur noch ein Piepen von Wagner. wünschen euch nochmal weiter! Wir été gerne runter дальше!